Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stone Wars Lego News Podcast. Ja, ich möchte auch in dieser mittlerweile zweiten Folge mit euch über die aktuellsten Lego News, Lego Gerüchte und ja, was es so alles Neues gibt in der Welt von Lego berichten. Und ja, ich wollte mich, bevor es aber damit losgeht, erst einmal bedanken für das viele positive Feedback, was ich für die letzte Folge bekommen habe. Denn da war ich ziemlich überrascht. Ich dachte eigentlich nicht, dass doch so viele Leute das schon hören würden, weil gerade bei einem neuen Podcast ist das immer so eine Sache. Es ist nicht so, dass ich der erste Mensch bin, der auf die Idee gekommen ist, einen Podcast zu machen. Und es gibt sehr, sehr viele Podcasts da draußen. Deshalb ist es manchmal gar nicht so leicht, mit einem neuen Podcast gehört zu werden. Aber es freut mich sehr, dass dann doch schon einige Leute reingehört haben in den Podcast und das scheinbar ganz gut fanden. Deshalb vielen Dank für das Feedback und ich bitte darum, das immer weiterzumachen. Auch negative Kritik ist gerne gesehen. Schreibt die am besten dann in meinen Blog auf stonewars.de, also in die Kommentare zu der jeweiligen Folge. Dann weiß ich, was ich besser machen kann beim nächsten Mal und kann dann so den Podcast vielleicht in eine Richtung entwickeln, dass er möglichst vielen Leuten gefällt. Das wäre für mich natürlich gut. Wenn ihr positives Feedback habt, dann schreibt mir bitte eine iTunes-Bewertung. Das würde mir wahnsinnig weiterhelfen, weil iTunes-Bewertungen eben zusammen mit Abonnements und Downloads von irgendwelchen Folgen dafür sorgen, dass der Podcast in den iTunes-Charts so ein bisschen nach oben klettert. Und wenn ihr das machen würdet, das wäre so das Geilste. Also damit könntet ihr mich und den Podcast am meisten supporten, wenn ihr also den Podcast jetzt bei iTunes abonniert und die Folgen runterladet und am besten noch eine Bewertung schreibt. Dann wäre ich euch wahnsinnig dankbar. Und ja, soweit dann erstmal mit Eigenwerbung bzw. mit Danke sagen. Ja, und dann würde ich sagen, ohne noch viel mehr Vorgeplänkel steigen wir dann mal ein in die zweite Folge und kommen direkt zum ersten Thema, was in der letzten Woche in Sachen Lego so passiert ist. Was eigentlich so den größten Impact hatte, sag ich mal, war, dass RTL jetzt endlich angekündigt hat, wann die neue Lego Show startet, nämlich Lego Master wird das Ganze heißen und wird auf RTL, also im allseits beliebten Privatfernsehen laufen. Und zwar startet die Show ab dem 18. November und wird dabei moderiert von Oliver Geissen. Ja, ich bin vorsichtig gespannt und ich freue mich schon auch, aber ich bin auch nach wie vor skeptisch. Also einmal, weil RTL jetzt nicht dafür bekannt ist, so die, wie sage ich das vorsichtig? Naja, also RTL ist nicht dafür bekannt, nur ausschließlich qualitativ hochwertige und anspruchsvolle Sendungen zu produzieren. Und ja, deshalb bin ich mal gespannt, wie das mit der Lego Show wird. Die Lego Show ist ja nicht, keine neue Idee, die jetzt von RTL irgendwie erfunden wurde, sondern im Prinzip ist das einfach nur eine Idee, die es schon in Großbritannien gab. Also in England lief die Show Lego Master schon 2017 auf Channel 4 und ja, im britischen Original. Dazu gibt es auch einen Trailer, den man sich anschauen kann. Da könnt ihr euch vielleicht so einen Eindruck davon verschaffen, wie das damals in England ausgesehen hat, die Show. Und da bin ich mal gespannt, wie RTL das Ganze abkupfert. Ich fürchte, es wird ein bisschen billiger und ein bisschen weniger, ja, ein bisschen weniger anspruchsvoll, fürchte ich. Der Grund dafür ist nämlich, dass die Show tatsächlich sonntagsabends um 19.05 Uhr laufen wird, also von da an dann bis zur Primetime, also quasi einen ziemlich guten Sendeplatz hat. Und ich glaube nicht, dass da so eine Nischensendung gezeigt wird, die wirklich nur was für Lego-Fans ist. Deshalb glaube ich, muss die Sendung so ein bisschen glatt gebügelt sein und irgendwie was für alle sein. Und da, glaube ich, geht dann immer so ein bisschen was vom Tiefgang flöten. Aber ich bin nach wie vor natürlich optimistisch und freue mich wahnsinnig drüber, dass Lego es jetzt da nochmal so ins große Fernsehen schafft und da auch sogar mehrere Folgen produziert werden. Ich glaube, insgesamt soll es drei oder vier Folgen geben. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich muss kurz nochmal nachschauen. Genau, vier Folgen werden es. Und ja, wie gesagt, es geht los ab dem 18. November, dann immer sonntags um 19.05 Uhr. Ja, und was kann ich noch sagen dazu? Genau, die Jury. Das ist vielleicht doch ganz spannend. Also die Jury besteht einmal aus Paolo Tuminelli, ein Designprofessor aus Köln. Und dann aus Juliane auf dem Brinke, die ist Senior Designerin bei Lego und da verantwortlich für die Lego Girls Sparte. Und die beiden werden das immer zusammen machen mit einem prominenten Gast. Und in der ersten Staffel sind da bisher schon angekündigt, dass es Rainer Kallmund sein wird, Joachim Lambi und Lutz van der Horst. Und wie versiert diese Juroren sind, also jetzt die Jury, die beiden, der Designprofessor und die Senior Designerin bei Lego, die natürlich sehr. Aber die prominenten Gäste, wie versiert die sind beim Thema Lego, das wird dann die Show zeigen, denke ich. Und ja, es wird aber auf jeden Fall spannend werden, sich das mal anzuschauen. Und für mich ist das nochmal einer der zugegebenermaßen mittlerweile sehr seltenen Gründe, nochmal einen Blick ins Privatfernsehen zu schmeißen und auch da mir mal anzuschauen, was es denn so gibt. Die Aufgaben, die dann bei Lego Masters erfüllt werden müssen, sind so ein bisschen sehr divers. Also es sollen dann immer so verschiedene Ziele müssen erfüllt werden. Einer der Beispielfälle, die so ein bisschen bekannt gegeben wurden an die Medien ist, dass zum Beispiel eine möglichst kreative Brücke über eine Schlucht zwischen zwei Bergen gebaut werden muss. Dazu habe ich jetzt auch im Blogbeitrag auf stonewars.de ein paar Bilder, die mir RTL netterweise zur Verfügung gestellt hat. Da könnt ihr euch dann mal einen Einblick da rein verschaffen, wie das Ganze dann wohl aussehen wird in der ersten Folge. Ja, ist dann aber ja auch in 18 Tagen soweit und schauen wir mal. Ach so, übrigens zu den Blogbeiträgen auf Stonewars. Alles, worüber ich in diesem Podcast spreche, wozu auch ein Beitrag im Blog existiert, das wird natürlich unter der jeweiligen Folge immer verlinkt. Und da könnt ihr euch dann noch weitere Infos holen oder Bilder anschauen. Ja, gerade bei den Sachen, über die ich spreche, wo es vielleicht mal interessant ist, ein Bild zuzusehen. Das könnt ihr euch da dann anschauen. Die zweite Neuigkeit in Sachen Lego ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit. Morgen kommt nämlich das Pop-Up Buch raus. Also das neue Lego Ideaset 21315 ist die Nummer. Und dazu wurde jetzt noch ein Designer Video veröffentlicht. Das findet ihr natürlich auch auf Stonewars.de. Ja, falls ihr euch nochmal irgendwie einen Einblick in das Set verschaffen wollt und euch noch nicht sicher seid, ob das was für euch ist. Meine Meinung habe ich euch ja schon in der letzten Folge mitgeteilt. Dann werft ruhig nochmal in den Blogbeitrag dazu einen Blick. Schaut euch das Designer Video an und dann findet ihr da nochmal ein paar bewegte Bilder, wo die beiden Set-Designer bzw. der Fan-Designer und die Set-Designerin von Lego, die da noch so ein bisschen mitgeholfen hat dann am Ende, wo die das Set nochmal vorstellen. Spannender als das Lego Ideaset, was jetzt rauskommt, finde ich tatsächlich das nächste kostenlose Lego Set, das als Gift with Purchase, also GWP rauskommen wird, nämlich die Winkelgasse. Über die habe ich auch schon auf Stonewars immer relativ viel berichtet, weil ich mich wirklich darauf freue. Es gibt ja manche Leute, die verstehen das gar nicht und finden das Set total schlecht. Ich verstehe die wiederum nicht, weil ich finde das klasse gelungen. Es ist eine wunderbare kleine Umsetzung der Winkelgasse. Es gibt, ich glaube insgesamt sechs bedruckte Fliesen da drin, die halt zweimal vier Fliesen mit Kopfsteinpflaster bedruckt. Allein für die Fliesen, finde ich, ist das Set schon wert, sich das anzuschaffen. Und für die Winkelgasse gibt es jetzt endlich einen Termin und einen Mindesteinkaufswert. Nämlich wird die Winkelgasse ab dem 5. November erhältlich sein. Und jeder Bestellung im Lego Online Shop bzw. jedem Einkauf in den Lego Stores vor Ort ab 80 Euro Mindesteinkaufswert beiliegen. Und jede Bestellung heißt, das gilt nicht nur für Lego Harry Potter Sets, sondern auch für alles andere. Das finde ich eine gute Entscheidung, weil bei Lego Harry Potter Sets wäre man dann doch ja aktuell sehr eingeschränkt gewesen. Und jetzt kann man sich eben kaufen, was man will. Ab 80 Euro bekommt man dann eben noch die Winkelgasse mit dazu. Ja, die Aktion wird vom 5. bis zum 21. November laufen. Und die Winkelgasse hat laut Lego so einen Wert von 19,99 Euro. Finde ich relativ realistisch. Das Set hat 374 Teile, zwar viele kleine Steine, aber damit, glaube ich, hat Lego einen sehr moderat angesetzten Preis geschätzt für das Set. Und das ist eine gute Grundlage, um zu entscheiden, ob man jetzt eher bei Lego was bestellt oder vielleicht in einem anderen Shop, wo gerade was reduziert ist. Ja, ich habe die Winkelgasse übrigens schon in einer kleinen Review mal vorgestellt. Um mir kurz meine Meinung zu sagen, ich finde das Set toll, habe ich ja eben schon gesagt. Also wer mehr wissen will und sich viele Bilder angucken will, der schaut vorbei im Review-Beitrag auf stonewars.de. Da gibt es dann nochmal alle Infos zu der Winkelgasse. So, und dann möchte ich mit euch über eine weitere Fernsehshow sprechen, wo leider noch nicht ganz klar ist, ob sie nach Deutschland kommt, nämlich Lego Star Wars All Stars. Das wird eine neue Animationsserie, die wird auf Disney XD erscheinen, im Jahr 2018 tatsächlich noch in den USA. Und da ist nämlich jetzt auf StarWars.com so ein erster kleiner Teaser-Trailer live gegangen und da kann man sich die ersten Bilder anschauen. Ja, das Ganze wird eben eine Animationsserie im Lego Star Wars Universum und wird insgesamt acht Folgen, glaube ich, umfassen oder acht. Muss ich wieder nachschauen. Genau, es wird acht kurze Episoden geben und vier wirklich lange halbstündige Folgen und die werden zwischen dem 29. Oktober und dem 8. Dezember ausgestrahlt. Erst die acht kurzen Episoden vom 29. Oktober bis 10. November und dann immer samstags vom 17. November bis 8. Dezember die vier langen Folgen. Erscheinen wird das Ganze, wie gesagt, auf Disney XD und damit auch auf Disney Now wird das gestreamt, aber ich glaube, aus Deutschland hat man keinen Zugriff darauf. Also wenn ihr das unbedingt schauen wollt, dann schaut euch schon mal nach einem guten Proxy um, damit ihr das euch angucken könnt. Und ansonsten müssten wir mal warten, ob das Ganze irgendwann auch nach Deutschland kommt, weil bisher habe ich in der Richtung nichts gehört. Was es aber jetzt gibt, ist zumindest ein Release-Datum für das Vereinigte Königreich, also für UK. Da wird das Ganze im Januar 2019 erscheinen. Jetzt ist die Frage, ob es jemals eine deutsche Synchronfassung geben wird. Wenn es keine geben wird, denke ich auch nicht, dass es überhaupt in Deutschland erscheinen wird. Es gibt da leider noch keine offiziellen Meldungen zu, deshalb können wir nur abwarten. Aber ich bin oder ich freue mich drauf. Ich werde irgendwie versuchen, das Ganze zu schauen, ob ich es irgendwie über einen Proxy-Server mache. Proxy-Server, was rede ich eigentlich über eine VPN-Verbindung, Entschuldigung, und mir das darüber anschaue. Mal schauen. Auf jeden Fall soll es irgendwie verschiedene Lego-Star-Wars-Geschichten erzählen, die so größtenteils, denke ich mal, zu Han Solo-Zeiten angelegt sind. Und Episode 8, also zumindest die Charaktere, die im Teaser-Trailer gezeigt werden, sind so Han Solo-Film und Episode 8. Was natürlich klar ist, weil es die zwei neuesten Star-Wars-Filme sind. Und dann wird es noch so ein paar Charaktere geben, die man aus anderen Star-Wars-Shows, beziehungsweise auch aus Lego-Star-Wars-Abenteuern kennt. Halt der Droide Roger, also die Droiden Roger, die immer als Kanonenfutter dienen, die kommen natürlich mit drin vor. Wie gesagt, Trailer entweder auf starwars.com oder auf stonewars.de im jeweiligen Beitrag anschauen. Da könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen. Dazu gab es übrigens einen Kommentar unter meinem Facebook-Post. Da hat sich jemand darüber aufgeregt und gesagt, ist ja toll, jetzt wird der Boba-Fett-Film eingestampft und dafür werden so Animationsserien produziert. Ja, ich verstehe natürlich, hätte mich auch auf einen Boba-Fett-Film gefreut. Und finde es auch schade, dass Disney da jetzt die Arbeiten dran komplett gestoppt hat. Aber ich glaube, so eine insgesamt zwölf Folgen lange Mini-Animationsserie im Lego-Star-Wars-Universum und so ein Boba-Fett-Film, das sind schon unterschiedliche Kaliber. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, dass das eine das andere ablöst. Ja, wir werden mal sehen, wie es weitergeht, ob nochmal irgendwann der Boba-Fett-Film vielleicht nochmal die Arbeit daran aufgenommen wird. Aber das ist auch ein anderes Thema. Das will ich jetzt nicht breittreten. Aber naja, ich freue mich jedenfalls auf Lego-Star-Wars-All-Stars und wir schauen mal rein. Vielleicht wird es ja ganz gut. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Shopping-Thema, könnte man fast sagen. Nämlich der neue Lego-Store-Flyer bzw. Store-Kalender für November 2018 ist jetzt online und kann runtergeladen werden. Und normalerweise war es immer so, dass der Store-Flyer aus den USA immer einen Monat zu früh quasi schon auf den Servern von lego.com zu finden ist. Aber eben die deutsche Version dann wirklich erst zum Monatsstart kommt. Jetzt gab es den Lego-Store-Flyer für November auch schon ein paar Tage zu früh von Lego Deutschland. Und der unterscheidet sich sehr extrem vom Lego-Store-Flyer in den USA. Und das ist gut so, weil auf dem November-Store-Flyer aus den USA sind eigentlich keinerlei Gratis-Angebote irgendwie aufgelistet gewesen. Und jetzt im Store-Flyer von Deutschland sind es direkt drei. Nämlich zum einen das eben erwähnte Mikromodell der Winkelgasse. Ab 80 Euro Mindesteinkauf vom 5. bis 21. November. Und dann wird es das Lego-Weihnachtsgeschenk-Set geben. Und das ist so ein limitiertes Weihnachtsset mit der Setnummer 40292. Und das wird vom 22. bis zum 26. November ab 85 Euro Einkaufswert geben. Und ja, auch das ist sicherlich ein cooles Set, was laut Lego auch, glaube ich, erstmal wieder limitiert ist. Ich schaue kurz, ob ich es hier finde. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber normalerweise gibt Lego eigentlich immer diese exklusiven Sets erstmal als limitierte Angebote raus. Allerdings so sehr verlassen kann man sich darauf leider nicht. Weil es dieses Jahr ja auch schon so war, dass diese exklusiven, limitierten Sets von den letzten Jahren auf einmal dieses Jahr im regulären Verkauf im Lego-Online-Shop gelandet sind. Was dann natürlich für viele eine mittelschwere Enttäuschung war. Natürlich die Leute, die es die letzten Jahre verpasst haben, haben sich gefreut. Aber ja, jetzt wird es jedenfalls dieses Set wieder geben oder ein neues Set geben vom 22. bis 26. November. Und dann gibt es noch ein drittes Gratisset, nämlich auch vom 22. bis 26. November ab 35 Euro Einkaufswert. Allerdings da nur in den Stores vor Ort und scheinbar nicht im Lego-Online-Shop. Das ist nämlich die Lego-Pinguin-Winterhütte. Die hat auch eine Nummer 5005251 und das ist so eine kleine Papphütte mit einem kleinen, als Pinguin verkleideten Mädchen drin. Und dazu kommen noch zwei Lego-Ski. Diese Papphütten kennt man ja. Die gab es schon ein paar Mal mit dem Osterhasen oder mit dem Lebkuchenmann letztes Jahr. Und das ist wieder so eine. Und ja, das dritte Gratisset kann man mitnehmen, wenn man einen Lego-Store in der Nähe hat. Im Lego-Online-Shop, wie gesagt, scheinbar erst mal nicht. Gut, dann der Black Friday. Den wird es geben bei Lego auch wieder. Der steht auch im Lego-Store-Kalender drin. Und jetzt, in der letzten Folge hatte ich, glaube ich, darüber gesprochen, dass es in Deutschland Brick Friday heißt. Aber jetzt im neuen Lego-Store-Flyer wird tatsächlich vom Black Friday gesprochen. Mal schauen, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich habe die Problematik mit der Markenanmeldung ja schon, glaube ich, in der letzten Folge erklärt. Nochmal kurz. Black Friday ist in Deutschland eine eingetragene Marke. Und die Firma dahinter schützt diese Marke und scheut auch nicht vor Abmahnungen zurück. Deshalb, ja, ich bin mal gespannt, ob Lego da vielleicht Lizenzgebühren zahlt oder ob es ein Druckfehler ist und man doch eigentlich Brick Friday schreiben wollte. Und, naja, wir werden sehen, wie Lego das Ganze dann, wenn es soweit ist, auf der eigenen Website nochmal kommuniziert. Zusätzlich zum Store-Flyer gibt es jetzt übrigens auch noch den Shop-at-home-Holiday-Katalog aus den USA. Leider bisher noch nicht für Deutschland, aber immerhin, ja, den englischen Katalog könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt. Viele Überraschungen sind ehrlich gesagt nicht drin, aber es gibt halt einfach nochmal so einen Überblick über das, was Lego wohl dieses Jahr zu Weihnachten für so die Top-Geschenke hält. Also einfach ein paar Shopping-Tipps, Geschenke-Tipps, wenn man sich da inspirieren lassen will. Den Link findet ihr auch auf Stonewalls.de. Dann noch eine kleine Neuigkeit. Da habe ich auf Stonewalls.de jetzt keinen eigenen Beitrag drüber geschrieben, aber ich dachte, es ist vielleicht interessant für den einen oder anderen hier. Es gab nämlich eine Umfrage, die in Kooperation mit dem Handelsblatt stattgefunden hat. Und da haben Marktforscher erfragt, was wohl die beliebteste Marke in Deutschland ist. Und die Marke des Jahres hat sich tatsächlich Lego geschnappt auf dem ersten Platz. Nämlich mit 62,2 Punkten ist Lego aus Verbrauchersicht die am besten bewertete Marke in Deutschland. Für die, die es interessiert, auf Platz 2 folgen dann Ravensburger, danach DM, Miele und Nivea. Ja, freut mich natürlich für Lego, dass sie es da geschafft haben, abzuräumen und auf dem ersten Platz zu landen. Und ja, ich denke, es spiegelt die Realität wieder, weil Lego an sich schon eine sehr angesehene Marke ist. Was es allerdings nicht widerspiegelt, ist so die Meinung von Hardcore-Lego-Fans, weil die in letzter Zeit, finde ich, immer wieder sehr dazu tendieren, dass unheimlich viel kritisiert wird. Und das hat sicherlich auch den Grund, dass da einige YouTuber vielleicht immer dazu tendieren, so negative Infos zu verbreiten und negative Ansichten, weil sich das halt eben auch einfach sehr gut klickt und sehr viel geklickt wird. Deshalb, ja, ich finde, da ist so eine kleine Dissonanz zwischen den beiden Sichtweisen. Ich glaube, dass die Allgemeinheit für Lego für wahnsinnig toll und klasse hält, aber eben so diese Hardcore-Fanszene immer mehr in so eine negative Richtung gedrückt wird und die Meinung da eigentlich gar nicht mehr so gut ist. Ich bin mal gespannt. Was haltet ihr eigentlich davon? Da würde ich mich mal über Kommentare freuen. Gerne auf stonewars.de irgendwie einen Kommentar hinterlassen zu dem Thema, weil das beschäftigt mich schon lange, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie die Leute, die eigentlich die krassesten Lego-Fans sind, gleichzeitig auch die größten Kritiker und keine Fehler verzeihen. Ich bin da selber gar nicht von ausgenommen. Ich reg mich auch schon mal über Sachen auf, wo ich dann nachher denke, Mensch, so schlimm war es doch gar nicht. Beispiel dafür, da werde ich auch viel für kritisiert. Ich habe ein YouTube-Video aufgenommen, was auch eigentlich nur so eine Audio-Form war wie dieser Podcast, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass das neue Cloud City Set kein Ultimate Collector Series Set ist, sondern dass es jetzt Master Builder Series heißt, obwohl es eigentlich aussieht wie ein Ultimate Collector Series Set. Und dass Lego damit nun noch mehr Verwirrung stiftet. Und über so Sachen kann ich mich wunderbar aufregen. Und ich glaube, das können auch viele andere A-Falls, also erwachsene Lego-Fans. Und ja, da gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Hate-Kultur momentan so ein bisschen haltet, dass sich so viele Leute sehr, sehr leicht über Lego eigentlich aufregen. Für die Leute, die sich nicht so viel aufregen wollen, sondern eher Lego ganz, ganz viel Geld geben wollen, gibt es jetzt auch noch eine spannende Neuigkeit. Nämlich sind seit einigen Tagen jetzt die Anmeldung für die Lego Insight Tour 2019 geöffnet. Das ist ein sehr spannendes Event, die Lego Insight Tour, aber auch ein sehr teures Event. Es wird dazu Termine geben im Jahr 2019 vom 8. bis zum 10. Mai, vom 12. bis 14. Juni, vom 11. bis 13. September oder vom 18. bis 20. September. Und an den Terminen kann man eben an der Insight Tour teilnehmen. Das sind also jeweils immer drei Tage. Und das Ganze kostet umgerechnet rund 2.000 Euro pro Person. Und es gibt aber sehr, sehr viele spannende Einblicke eigentlich. Also man kann dafür im Legoland Hotel übernachten. Man trifft sich mit Designern. Man wird durchs Lego Ideas Haus geführt. Man wirft Blicke in die Lego Fabrik. Und am Ende gibt es dann noch ein sehr, sehr exklusives Set als Geschenk. In den letzten Jahren wurden die immer so versucht, geheim zu halten, bis alle Termine eigentlich durch sind. Das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert. Und ja, es ist halt ein sehr einmaliges Event, glaube ich. Wie gesagt, es ist natürlich auch sehr teuer. Es ist nicht ganz billig, aber da eben auch die Übernachtungen und so mit drin sind, relativiert sich dieser Preis von 2.000 Euro auch schon wieder. Die Insight Tour ist eigentlich immer ausverkauft. Das heißt, es gibt dann quasi so eine Art Warteliste. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann macht das frühzeitig. Macht das jetzt. Angeblich ist es so, dass frühe Anmeldungen eher bevorzugt werden. Und ja, auch wenn ihr dann eine Absage bekommt, man landet da wohl dann auf einer Art Warteliste. Und wenn dann jemand absagt, dann kann man noch nachrücken. Also Lego Insight Tour, wer das von euch mal machen möchte, dann habt ihr ab jetzt die Chance dazu. Und damit kommen wir zur letzten richtigen Neuigkeit in dieser Woche, was passiert ist, beziehungsweise ja, was sich so andeutet, nämlich, dass tatsächlich Lego Harry Potter im nächsten Jahr noch eine ziemlich große Rolle bei Lego spielen wird. Der Grund dafür, warum ich das annehme, ist einfach, dass es jetzt einige Bücher gibt, die angekündigt sind, die auf der Lego Harry Potter Lizenz basieren. Und da sind jetzt viele neue aufgetaucht, nämlich zum einen das Lego Harry Potter Back to Hogwarts Buch. Und dann gab es schon vor einigen Wochen eine Ankündigung für ein Activity Book. Und die sind jeweils immer mit Minifiguren natürlich. Und da tauchen jetzt so langsam bei Amazon und anderen Buchhändlern die ersten Listings und Titel auf, teilweise auch mit Covern. Und ja, es wird auf jeden Fall einige Harry Potter Bücher geben, wo man eben entweder die Minifiguren abstauben kann oder eben natürlich auch die Rätsel, die da drin sind, mitmachen kann oder Sticker. Ich weiß nicht, was es da alles geben wird. Und auf jeden Fall das Spannendste daran finde ich eigentlich die Tatsache, dass eben klar wird, dass Lego mit Harry Potter doch noch einiges vorhat. Und ich glaube, dass Lego gesehen hat daran, wie gut dieses Jahr die Harry Potter Sets gelaufen sind und wie begeistert die Fans waren, dass Lego Harry Potter wieder da ist. Dass Lego daraus auch einiges lernen wird und dass wir dann im nächsten Jahr auch wieder einige richtig coole Harry Potter Sets sehen werden. Was mich da natürlich wahnsinnig freuen würde, ist, wenn Legos schaffen würde, wirklich auch noch Ergänzungen für das Playscale Hogwarts herauszubringen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr bei Lego Harry Potter so mitbekommen habt, was da alles rausgekommen ist. Aber wenn ihr einen Lego-Podcast hört, dann werdet ihr schon ein bisschen was davon mitbekommen haben. Und es gab zwei Sets, die man so zusammenstecken konnte. Nämlich einmal das Set der großen Halle von Hogwarts und das Set der Peigeon Weide. Da war auch noch so ein Teil von Hogwarts mit drin. Und an beiden Seiten gibt es jetzt quasi noch offene Connector-Pins, also so Technik-Pins, mit denen man die zusammenstecken kann. Und das spricht für mich ganz klar dafür, dass da noch weitere Teile kommen werden. Und vielleicht schafft man es über die nächsten Jahre immer wieder Sets rauszubringen, die man da anbauen kann. Und da es ja immer wieder einige Leute gab, die enttäuscht davon waren, dass das große Hogwarts-Schloss, was rausgekommen ist, eben kein Playscale war, sondern ein Microscale. Ja, vielleicht haben die jetzt die Chance quasi sich über die nächsten Jahre hinweg dann noch ein Playscale-Hogwarts aus mehreren Teilen zusammenzusetzen. Das wäre doch eine sehr, sehr schöne Sache. Ich freue mich jedenfalls wahnsinnig auf die Harry-Potter-Sets, die 2019 noch rauskommen werden. Also fünf sind, glaube ich, aktuell in der Gerüchteküche und die werden dann auch eher wahrscheinlich am Anfang des Jahres dann rauskommen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, dass es zumindest mal im Jahr 2019 noch richtig weitergehen wird mit Lego Harry Potter und alles, was danach kommt, hängt sicherlich davon ab, wie erfolgreich das Ganze dann jetzt, ja, als wie erfolgreich sich das Ganze jetzt noch erweisen wird. Und damit sind wir mit dem News-Teil am Ende. Aber bevor ich jetzt hier den Sack zumache, habe ich noch ein Gerücht für euch, nämlich das kam jetzt gerade relativ frisch rein, beziehungsweise es ist jetzt mir gerade in dem Moment aufgefallen, der Original-Post dazu ist jetzt schon ein paar Stunden alt, wenn ich das hier aufnehme. Aber so wie es aussieht, werden wir im Mai nächsten Jahres nicht, wie ursprünglich erwartet, die Lego Minifiguren-Serie Series 19, also die 19. reguläre Serie bekommen, sondern tatsächlich eine zweite Serie der Lego Disney Minifiguren. Da war nämlich die letzte aus dem Jahr 2015 oder 2016, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, mit der Nummer 71012, die Lego Disney Minifiguren. Und dazu soll es jetzt eine zweite Serie geben. Es gibt da im Eurobricks-Forum, das ist übrigens die Quelle der User, wie heißt der Kollege, Itaria no Shintaku, hat das gepostet und kündigt halt da eben an, dass im April, Mai eben nicht die Series 19 rauskommt, sondern Disney Series 2. Und ja, ein paar User regen sich darüber auf, weil sie sich auf die 19. reguläre Serie gefreut haben, aber mal ganz ehrlich, Disney bietet auch so viel Potenzial noch für sehr, sehr coole Minifiguren, die man verwenden kann. Deshalb, ja, ich freue mich drauf. Wie gesagt, das ist aber bisher nur ein Gerücht, beziehungsweise, ja, also wie sagt man so schön im Englischen, take it with a grain of salt. Wenn ihr euch, also bisher kann sich noch niemand so ganz sicher sein, ob das wirklich so rauskommen wird, aber es sieht sehr danach aus und ich freue mich drauf. So, und bevor ich jetzt damit euch in den wohlverdienten Podcast Feierabend entlasse, nach einer knappen halben Stunde, noch ein kurzer Shopping-Hinweis für alle, die tatsächlich noch heute diese Folge hören. Denn heute ist der 31.10. und heute ist die letzte Chance für euch, die aktuell doppelte VIP-Punkte-Aktion mitzunehmen im Lego Online Shop. Wie gesagt, doppelte VIP-Punkte nur noch heute und auch den Minifiguren-Bilderrahmen gibt es nur noch heute im Lego Online Shop. Wer also lieber die beiden Aktionen mitnehmen möchte, anstatt bis zum 5. November auf die Winkelgasse zu warten, der möge heute noch im Lego Online Shop bestellen. Ja, und wenn ihr mich bei diesem Podcast irgendwie unterstützen wollt, beziehungsweise meinen Blog unterstützen wollt, dann freue ich mich immer wahnsinnig, wenn ihr über einen der Werbelinks auf stonewars.de zu Lego geht oder zu irgendeinem anderen Spielzeughändler, Toys R Us oder Galeria Kaufhof oder auch Amazon. Weil dann bekomme ich eine kleine Provision und damit kann ich eben die Arbeit an der Website und an diesem Podcast finanzieren. Vielen Dank schon mal dafür und damit würde ich sagen, war es das für die zweite Folge vom Stonewalls Lego Podcast. Und ja, ich denke, wir sehen uns oder hören uns schon ganz, ganz bald wieder. Und bis dahin sage ich ciao.